Yo, Hallihallo, Hallöchen, Leute, ähm, ja, ich bin's, euer atttp, ich hoffe, ihr kennt mich noch, ja, ich weiß, es kommen letzte Zeit keine Videos, ähm, hat einfach mit dieser ganzen Hitzewelle zu tun, nebenbei spiele ich noch ganz viel League of Legends und, glaubt mir, ihr wollt mich nicht, ähm, beim Zocken erleben, wenn ich total verschwitzt bin, ey, das ist unschön, ich würde mich die ganze Zeit einfach nur über diese Hitze beschweren, die mich jetzt auch schon wieder richtig hart, äh, nervt, ich muss ja jetzt wegen dieser Aufnahme jetzt hier allein schon den Ventilator neben mir ausmachen und, das sind jetzt, wie lange nehme ich jetzt gerade auf, 38 Sekunden und ich bin jetzt schon wieder total verschwitzt, das ist eklig, richtig, richtig eklig, ja, aber, ähm, wer vielleicht so noch, ähm, mit mir zu tun haben möchte, erst mal in der nächsten Zeit, kann auch gerne mich bei League of Legends hinzufügen, auf den EO West-Server, ähm, ja, und, ja, ich heiße dort auch EditIP, also, füge mich hinzu, ich nehme eigentlich jeden an und, mal schauen, vielleicht füge ich euch dann mal in einem Spiel dazu, wenn ihr dabei seid und, ja, dann gucken wir mal, was wir so für nette Aktionen anstellen, ich bin gerade ein bisschen traurig, hatte gerade ein Penta gemacht und wir haben das Match verloren, eklig, ja, auf jeden Fall, ähm, es kommen irgendwann wieder Videos, ich kann jetzt halt nur noch nicht versprechen, wann, ich denke mal, wenn sich das hier alles so ein bisschen abgekühlt hat, dass ich dann mir irgendwann mal wieder einen Tag Zeit nehme, weil, Bulli, die Ehrensrunde möchte ich auf jeden Fall noch fertig haben, bevor ich so eine etwas richtig krasse Pause mache, von daher, gucken wir mal, ja, ich hoffe, ihr bleibt weiterhin dran und supportet den Scheiß, wie man so schön sagt, würde mich freuen, dann noch einen schönen Tag, Abend, Woche, bis dann, Leute, tschüss, tschüss.